Soll ich etwas Kaffee machen, Jutta? Das ist eine gute Idee, Renate. Er ist fertig. Möchtest du etwas Milch? Nur ein klein wenig, bitte. Und etwas Zucker? Zwei voller Teelöffel. Nein, etwas weniger als das. Anderthalb Teelöffel, bitte. Mir ist es genug. Es hat gut geschmeckt. Möchtest du noch etwas? Ja, bitte. Ich möchte auch eine Zigarette. Darf ich eine nehmen? Aber gewiss. Ich glaube, es gibt einige in jener Schachtel. Ich glaube, sie ist leer. Wie schade. Das macht nichts. Dann nehme ich etwas Gebäck. Iss mehr und rauche weniger. Das ist ein guter Rat. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.